Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alk Lost Kingdom. Folge, Folge haben wir ja das Goblin Lager auseinander genommen, eine gute Idee. Ja, und haben festgestellt, jede Hütte, die wir zerlegen, sie spawnt dann wieder. Gut, aber, ich meine, wir haben mal ein Goblin Lager zerlegt. Und das ist eine gute Sache. So, wir sind inzwischen auf dem Rückweg. Ah, schön, mit unserer neuen Ausrüstung. Ach, die ist so super. Die ist echt toll. So. Ach so, Bär und Wölf, ja, ja. Ah, schön. So, nehmen wir mal doch ein Schwert in die Hand, weil da vorne ist ein Wölfchen, glaube ich. Ja, was sage ich? Ein Wölfchen. Hallo, Wölfchen. Ach, fang ich nicht so. Okay, es wird nichts mehr. Okay, sie macht das allein. Ja, das Wölfchen ist stark. So, haben wir alles da. Wir haben 20.000 Geld inzwischen. Wir bauen die Baracken. Wir bauen die Baracken. So, wie weit ist es hier mit dem Tor eigentlich? Wow, wow. Oh, ist das cool. Okay. So, na dann. Build Village. So, Build Mode. Gut, wir gehen, letztes Gebäude, in die Baracken. Das sind die Baracken. So. Machen wir das hier. Weil warum nicht? So, super. Auf zu den Baracken. So, jetzt wollte ich gerade nachschauen, ob man irgendwie Hilfe bei, also ob man mehr Futter brauchen oder was auch immer. Aber läuft eigentlich auch gut mit dem Essen. Also insofern. Warum hilft mir keiner? So. Da kommt schon mehr. Freddy? Niklas? Niklas? So. Sehr gut. Freddy und Nikolas helfen mir. Oh, super. So, die Baracken sind fertig. So, Interact, Upgrade, geht nicht. Barrack, okay, super. Higher Soldiers. Oh, ja. Oh, ja. Das wollen wir gleich mal machen. So. Higher Soldiers. Geht das hier? Nö. Nö. So, Wally. Dave, Freddy, Roxanne. So, dann würde ich sagen. Niklas, find Job. Soldier. Okay, das ist in Ordnung, aber... Oh, ja. Wundenschild. Gibt es ein besseres? Nö. 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 Das Wunden. Grip Armor. Oh, ja. Oh, ja. So, Niklas. Du bist der perfekte Soldat. So, Wally nicht, aber Dave. Dave Prescott. Der wollte auch schon immer Soldat werden. Schon als kleines Kind. So. Equip. Nö. 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 Eins. Eigentlich wären zwei besser, aber ist okay. So, dann machen wir da noch. Wolpen. Wie wäre es mit zwei Bögen? Okay. Rüstung geht im Moment nicht. Passt. So. So, lass mal wegstecken. Das Fleisch nehme ich wieder aus dem Inventar. Uh, der Loot hier. So, kann ich die, kann ich die weglegen? Nö, kann ich nicht. Armory. Hm. Ich hätte die tatsächlich gerne weggelegt. Kann ich nicht. Okay. Was passiert? Wir haben schon so viele Leute hier. Was passiert, wenn ich die einfachen Boden lege? Äh, geht nicht. Ah, okay. So, Savannah. Oh, wie cool. Automanage. Savannah, Level 3. Oh, die managen sich selber. Die könnte ich auch noch einzeln einstellen. Das ist ja cool. Das ist ja super. Okay. Ja, super toll. So, dann würde ich sagen, wir machen, ähm, was hier steht. Nämlich, wir bauen jetzt einen, einen Turm. So, und zwar. So, Build. Hier, Odentower. So, den könnten wir eigentlich hier, oder hier, nö. In die Mitte. Yeah. Ja, hier könnte man herstellen. Geht das? Nö. Das ist aber, äh, okay, dann, bauen wir das mal. So, das mal so. Nein. So. So, und jetzt stehen wir mal den Wundentower da hier. Nö. Moment. Okay. So, dann schauen wir mal nach, nach, weiteren. Hier, Odentower. Ist das zu nah am Haus, oder? Ach, verdammt. Ach so, wir haben keinen. Okay. So, wieder ein längeres Projekt. Wir brauchen wesentlich mehr Holz dafür. So, dann holen wir uns mal Holz. Dann machen wir mal mit. Ja, cooles Projekt. Wir machen mit. Geht nicht. Okay, nehmen wir den. Geht. So. Ah, Endboden-Tower. Na, da bin ich gespannt. So. Ah, schön. Also, äh, ich würde mich über den Palisadenzaun schon sehr freuen, wenn wir den dann fertig kriegen. Nördlich, südlich, östlich, westlich unseres Doha-Fels hätte ich gerne den Tower. Die Rüstung ist schon nice. Sehr nice. So, oh, und wir sind schon wieder auf 50 beim Holz. Das geht so schnell. Super ist das. Oh ja, 2500. Der Tower ist fertig. Bam. Super. So, dann. Build. So, dann würde ich gleich mal sagen, wir bauen jetzt weiter. So, Wunder und Woll. So, passt. Da könnte man jetzt, kann ich da auch? Kann ich da auch? Nö. Aber hier? Oh, es funktioniert. Sehr cool. So, dann hole ich mal noch Holz. So, ich hätte gesagt, wir machen, äh, drei Tore. Nein, vier Tore. Wir machen vier Tore. Ja. Schauen wir mal, wie viele Tore wir brauchen, wir werden es sehen. So, mehr Einwohner würde ich gerne nicht machen. Es sei denn, was wir natürlich machen könnten, wäre, dass wir das eine Haus, das wir noch gebaut haben, ist das das hier. Upgrade. Upgrade, Unlock, Upgrade, yes. So, jetzt haben wir 28, aber mehr sollten es echt nicht... Wow, Dave, super. Wow, Dave, super. Super. So, aber mehr sollten es nicht werden, weil wir müssen ja auch immer darauf achten, dass wir auch Nahrung ausreichend brauchen und so weiter. Also nicht Überbevölkerung, das wäre ja auch nicht gut. So, sehr schön. Jetzt bringe ich das alles mal zum General Store. General Store, und zwar Holz, Bäm. So, da haben wir noch ein bisschen Leder, hier. Oh, ja. So, was könnten wir hier noch craften? Nein, nicht da. Ah, Fortune. Yeah. Tool Shield. Oh, wir haben zu wenig Erze. Wir haben zu wenig Erze. Wieso haben wir zu wenig Erze? Schauen wir mal. Manage. So, hier. Ach, da arbeiten drei. Da müssen genug Erze da sein. Eigentlich ja. So, Bild Mode. Wir gehen wieder zur Holzwand. So. Genau. Und hier, hätte ich gesagt, kommen wir dann wieder zu einem Tor. So. So. So, ein Tor. So. Wow, überall liegt hier Holz rum. So, das wird super, wenn da mal der Wall ums Dorf gezogen ist. Super, wir haben schon 22.000 Gold. Da können wir uns definitiv noch ein zweites Land leisten. Och ja, das wird super. So, ihr sagt mir bitte, machen wir noch ein wenig weiter oder war es das dann für uns? Keine aktiven Quests im Moment, das ist okay, wir haben alles abgeschlossen. Das heißt, Plan jetzt wäre, mal die Mauer rundherum ziehen. Und ich habe gesehen, man kann die Soldaten anhalten dazu, einem zu folgen. Da könnten wir ein Gobelindorf raiden. Wir könnten ein weiteres Gebiet kaufen und doch auch dort so ein selbstständig arbeitendes Dorf erstellen. Wäre auch witzig, oder? Ich denke schon. Ich denke, das wäre gut. So. Ach, wie cool. 8.30 Uhr abends. Ja. Ja, Attribut sollten wir auch wieder verteilen mal. So, dann würde ich sagen, hier Attribute. Wir haben zwei Punkte. Wir machen nochmal auf Speed. Auf Attack. Ja, klar. So, wie viel Platz haben wir im Event? Wir haben noch Platz im Event da. Natürlich haben wir noch Platz im Event da. Ach, das sieht super aus mit dem Tor. Und auch der Tower da oben. Super. So. Upgrade. Upgrade. Weiter. Nein. Ach, wie super. Ach, das ist aber toll. Das ist aber toll. Ach, cool. Ja, super. Genau, jetzt speichert es. Ist das toll. Ist das toll. Meine Lieben. Der Burner. Und da oben der Tower. Oh, ist das cool. Ist das cool. Oh. Level 1. Das impliziert, dass das mal sich noch verändern wird. So, können wir eigentlich da rauf gehen. Upgrade. Bodentower. Ja. So. Dann schauen wir nochmal. Zum General Store. Wir geben das ganze Holz, das wir jetzt gefällt haben, ab. Super ist das. So, Holz, Holz, Holz. Hier. Bam. Send all. Ein weniger Fleisch haben wir auch. Ein weniger Fleisch. So. Super. So. Und jetzt managen. Ach, super. Und eigentlich Feindjob. Wally. Moment. Wally. Wally, Freddy und Roxanne. Hm. Wir haben den Baker. Wir könnten noch einen Baker anstellen. Lassen wir das vorerst mal. Soldier Archer. So. Wally. Freddy. So. Wie wäre es hier? Yeah. Gibt schon bessere Schilde. Oh yeah. Oh yeah. Ja, Freddy. So. Berlix, wen haben wir da? Freddy ist super ausgerüstet. Dann haben wir hier. Gibt schon. Da gibt es kein besseres Schild, oder? Das ist leider, 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 leider. Okay. Und Niklas? Niklas passt auch. So. Dann haben wir schon mal drei Soldaten. Yeah. So. Wir legen uns mal hin. Oh. Schön. Oh. So. In den Build Mode. Und wir schauen, dass wir hier. Ja. Weiter kommen. So. Wir könnten natürlich hier den Mobentower herstellen. Dann. Hier. So. Wieso will er da nicht? Nein. Er ist rausgesprungen. So. So. Passt. Super. Sind wir schon ein wenig weiter wieder. Ach ja. Super. Super. Dann haben wir auch hier ein Tor. Auf dieser Seite. Toll. Also. Hier ein Tor. Hier ein Tor. Und. Ja. Da brauchen wir eigentlich keins. Wir haben hier oben eins. Wir haben hier eins. Hier ungefähr. Äh. Ja. Wir könnten überlegen, ob wir hier noch eins machen. Ja. Das wäre vielleicht ganz gut. Das wäre vielleicht ganz gut. Das wäre dann. Nö. Das wäre dann. Hier ein Tor. Ungefähr hier. Ja. Hier. Super. So. Dann gehen wir mal in den Build Mode. So. Das Wundendor. Ah. Zu wenig. Zu wenig. Um eins. Zu wenig. Genau. Das würde aber auf jeden Fall dann hier her passen. Genau. So. Ungefähr halt. Super. So. Dann holen wir uns noch ein wenig Holz. Super. Und wir haben noch immer drei freie Betten. 23.000 Gold. Das ist super. Ja, Clifford. Auf geht's. Antonio. Antonio. Antonio bringt das Holz. Ah. So. Und der Baum ist auch. Done. Super. Super. Ach. Schön. Ja. Im Moment haben wir einen sehr, sehr hohen Holzverbrauch. Aber an sich. An sich ist alles in Ordnung. Oh. Wie cool. Yeah. Lydia und Olivia. Die machen das super. So. Oh. Schön langsam nähern wir uns. Ähm. Der kompletten Einzäunung. Der Einhausung des Dwarfes. Super ist das. Und wir nähern uns dem Folgenende. Und wir nähern uns dem Folgenende. So. Meine Lieben. Das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs dabei sein. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.